Nützlinge sorgen für biologische Schädlingsregulierung im Garten. Mit geeigneten Nützlingsunterkünften können wichtige Blütenbestäuber angelockt werden. Ein kleiner Toniegel als Behausung ist eine kreative Form des Nützlingshotels. Bereiten sie in etwa 5 x 5 x 5 cm großes und feuchtes Tonstück vor. Nun wird ein Igel geformt. Mit einem Holzstäbchen wird in der Mitte des Igels für die spätere Aufhängung ein Loch komplett durchgebohrt. Mit unterschiedlich dicken Stäbchen werden Löcher in den Bauch gebohrt. Diese werden die zukünftigen Quartiere für die verschiedensten Nützlinge. Die Stachel werden mit Hilfe eines Zahnstochers angedeutet. Zum Schluss machen wir dem Igel noch ein Gesicht. Nach dem Brennvorgang eine Kordel doppelt legen, durch das Loch führen und verknoten. Nun ist das kreative Nützlingshotel für das Aufhängen zum Beispiel im Obstbaum fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017